Halli Hallöchen und willkommen zurück bei Seven Days to Diei Mit der Feierjai Mit der Feierjai, genau Mit der Feierbär, ja? Ophé war wieder frech entdonnert und blitzt hier im Game Ich war nicht frech Ich bin über Frech Was mich kaut Ich hab wieder nur Scheiße gefunden Also Standard Na, alles hat was dazu unbedingt raus im Moment war Ey, wir haben 18 Kochtuppe Geil Dann manchmal muss man mit denen ja craften, ne? Ja gut, das ist ja nicht das Schlimmste Aber Wenn du unbedingt nur Scheiße findest Könnt's kotzen Ja gut Ich bin fast Ich bin fast Dann besser basteln Dann ist doch Bastel Bastel Ja, es lohnt sich mehr als Irgendwann anderes Ich bin fast Ich bin fast Steinschaufel Den tun wir mal in der Werkzeugsteine Ja, es ärgert einfach nur Genau Hm Ich bin fast Was ist das? Wuh? Ich bin fast Ich bin fast ich finde es doof du bist ja auch wenn ich darf findest was du brauchst ist sind der pro meid spitzen Soooo So. Ähm. Gieß da rein. Gieß da rein. Das war ganz interessant hier. Gieß da rein. Wie lustig wird Regen, der Regenszahn noch. So wollte ich auch noch regnen. So war man doch mal. Falle. Ähm. und ich jetzt um mich jetzt so nass eben und geriecht 50 und nochmal Stahl Ja, übertreibt mich so doll Wieso? Wollen sie den jetzt erstmal testen? Ja, aber es ist ja natürlich besser als, äh Die brauchen die länger Ja, klar Die haben länger Ruhe, also weniger Schaden dadurch, dass halt etwas länger die beschäftigt sind Ja, wir müssen auch gucken, aber vielleicht nicht immer so viele töten direkt von Anfang an Wieso? Weil dann respawn die ja Und? Aber dafür kriegen wir Was wir auch brauchen, EPs Ja gut, das stimmt, oder? Na, also Tu was nicht Oh, da hämmert was gegen unsere Tür Ähm, ich gebe dir einen Tipp, ich bin's nicht Falls dieser Tipp irgendwie hilfreich sein sollte Ja, der ist tot Okay Ich versuch' den Geschützturm Ich versuch' den Geschützturm Ich versuch' den Geschützturm Ich hab' ne, ne So Lalalalalalalalalala Aber es kann sein, dass das eine Dein Geschützturm ist, der andere Meiner, deswegen kann ich still nicht Ich versuch' den Geschützturm Das ist der Fahrrad Aber macht ja nix Wir arbeiten ja zusammen, von da her Du musst Du? Seit wann Da mache ich eine Kiste Auto-Munition. Ich besuche. Ja, dann wolle mal hallo sagen. Tach, ich bin's, der Neue, ich komme jetzt öfters. Wie geht uns denn heute? Leute. Tschüssi. Ohee. Was auch an tun? Das zum Herstellen von Nonition und das auch. Wir können ja alles ein bisschen umschreiben. Und da sind dann schon mal Eisenpfeile. Reusenpfeile? Bolzen brauche ich. Da brauche ich so einen. Ich brauche der Armbrust. Stahlbolzer. Zum Herstellen von Nonition. Ja, okay. Was denn? Die Sachen kommen auch hier rein. Ja, macht das schon ein bisschen besser hier. Und was willst du denn schon wieder von mir? Geh weg. Ich bin in Ruhe. Heul, heul, ja. Heul, heul, ja. Heul, 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 heul. Mein hol ist schon mal hin kurz. Hier wird nicht geheult. Steinbrötze. Da traue ich ihn heute schon mal noch. Hey, was willst du? Oh, ich schweile gar nicht. Keine gar nicht. Sagen sie alle. Warum hier die ganze Zeit so blöde Grille hier? Geh doch kaputt, Mann. Warum da die Grille hängt. Hier die ganze Zeit. Da ist er natürlich auch gleich wieder Monster-Neid. Sicher. The best of the beast. Das ist auch zum Herstellen von Koffer. Papier brauchst du zum Beispiel für Schuld. Achso, okay. Auch. Aber das tue ich jetzt nicht rein. Also dieses offensichtliche wie Schuldkugeln. Geschossspitzen. Geschossspitzen. Spannungsgeräusche. Gute. Schreiber. Beträtten. Die G olla. Die Gäste. Diese Gäste. geber steiner achseln mache das steine er wird schon wieder 500 zement nicht so gut und dann fange ich nach und nach sortieren es das spitz hat im stein ich kann sogar schon die holz reparieren geht auch schon hier holz bikes könnte ich auch reparieren und da kann ich sogar eisenspikes eigentlich draus machen wenn ich jetzt eisen dabei hätte habe ich aber nicht im 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 Glückwunsch zum Label Abba Tut es das nicht immer Irgendwo ist doch schon immer Regen da Irgendwo ist immer Regen da Verlagerie und Verlager Ja, 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 ja Ja, 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 ja Es ist das Pflasterstein Da werde ich doch glatt zum Schwein Ich stehe hier unter dem Dach und habe trotzdem 99% Luftfeuchtigkeit Warum? Also, Regen, Nass, Nässe Warum? Warum habe ich das? Ich muss auch nicht immer alles verstehen hier Nö Juh, ich habe Level Up Das heißt Glückwunsch, blöde Kuh Oh, Mensch, ich will gerade, was wir machen, das Ding Morg, gerade was Morg, gerade was Morg, gerade Morg, gerade Ich finde Es regnet Noch viel zu stark Wenn du mich magst Also alle, die ich schon beschriftet habe Die habe ich auch geöffnet, ne Ich weiß nicht, was du meinst, aber okay Äh, Kisten Also Ich bin Das ist immer ein Schickar hier, Adolf. es gibt sogar eine batteriebank es gibt so viel es gibt so viel du spielst mit die lalala leila das guck mal gerade es gibt ja wirklich so viel batteriebaden kann man noch nicht aber benutzt um Strom für den elektrischen Konfittenz zu erzeugen im Tagebuchtipp findest du mehr ja so erstmal ich wollte jetzt erstmal hier viele Punkte hab ich noch es wird so spannend es wird so spannend ich 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 Der Teufel der ist da der Teufel liegt im Detail das finde ich ja gar nicht so geil so hoch scheiß verseuchung La 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 Oh und mit Abortagstuhl schon wieder als ob er gleich um jeden Moment gestechen würde Ja, war alles scheiße. So, liebe Fee, das sieht gut aus. So, liebe Fee, das sieht gut aus. So, liebe Fee, was willst du? Nee. Außer, dass wir jetzt gleich Schicht im Schacht haben. Das ist nämlich der Schicht im Schacht, weißt du? Wie, nee. Ja, doch. Ist fast Feierabend. Wird mal nicht noch gar nicht. Achso. Wollte was anderes. Ich mach hier grad noch ein bisschen schick. Achso. Ja, sieht sonst kacke aus. Muss ja auch. Alles mal gestrichen werden hier. Jawohl. Mademoiselle, so schaut es aus. Sieht ja doof aus, wenn er zu halb fällig ist und... Und da gebe ich ihnen recht. Das finde ich ja gar nicht. Nescht. Komme ich jetzt zu ihnen zurück, weißt du? Mach das. Mach ich jetzt auch. Und nicht in die Stacheln. Das wäre einfach. Und je nach wo wird sogar mein Tod. Das sieht der Anbau so schön aus. Nur die eine Hausseite sieht sogar nicht aus. Das ist nicht schön. Das muss so. Nein, das muss nicht so. Das muss so. Nur dann ist es gut so. So, hier steht ein Auto. Gucken wir uns mal das Auto an. Das ist natürlich... Das ist natürlich nicht drin, was man sucht, weißt du? Das ist nicht drin, was man sucht, ey. Warum ist denn nicht das drinne, was ich suche? Ich könnte alles so verfluchen. Das macht mich ein wenig... Kiri. Hopp. 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 I hope... So you wonderful ye me. Und wenn zu viel kriege ich, bully me. It's a bully me Das weiß ich nie Kürbispflanze wäre auch schon fertig So, lass mal gucken Mein Geschützturm Mein Geschützturm Er wäre zu nah dran, sagt die Faye Schauen wir mal Nein, der soll's nicht schießen, Mann So Bisschen So, dann machen wir ein bisschen, gerade einmal ganz kurz länger Deinen Hunger, ja du hast bist hungrig Machen wir ganz kurz länger Weil dann habe ich hier eben noch abgeerntet auch Machen wir krass, voll Überlänge Machen wir mal Machen wir mal ganz schnell Bisschen aufpassen Ich darf mal wieder einzeln Nein, nur das Apernten machen wir mal ganz schnell So So Können wir da mal einfärben oder was ist da für ein eckiges Geräusch Ja Ja Okay So So Ich halte Dann Weiß ich, was ich will doch, was ich will doch aufwiesen so das hört sich manchmal sehr egal an. Ich merke es schon. Tut sich eher nach was anderem an, als Statt als Einfernen. So, jetzt polarisch noch. So. 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 Auf jeden Fall. Jetzt ist aber Feierabend hier. Ja. Es ist jetzt Feierabend. 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 So. 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 So.